Rated K for Kaiser Katana Kaiser Katana Reduction Genau das wollte ich erreichen Zitkrit Oh herab Ah ne das ist für später kürzere Abgang Ja wusste ich doch So jetzt kommt wieder Tomb Raider Kletterrock In der Zeit gucke ich mal dass ich mir meine Cola aufmache Kann ich das so einklemmen? Ja Kann ich natürlich nicht Ja Ich wollte zwar unter den neuen Videos bleiben aber so wird das eh nix Weiter gehts Kostet ja auch nur ein bisschen magische Energie Was ich hier wieder fabriziere Okay Leicht geblendet vom Licht Quält sich unser Link trotzdem weiter Jetzt wirds eng Kann ich sagen das Link da ein bisschen schnell Ach wenn ich den Raum verlasse Meine gesammelten Grubine wieder für die Katze Das ist ja schön zu wissen Hoch Nein Ein Stück hoch ja Bitte Boah fuck you alter Ja ja gut Link Boah Boah wie fair Boah Boah Entschuldigung Leute Boah Link du bist so ne Ratte alter Einfallspinsel da Boah Ah ja Ah ja Ah wenigstens ist da oben liegen geblieben Wer hat sich Glückwunsch hat wenigstens etwas in seinem Leben richtig gemacht Schlüssel oder? Ja Ja Den brauchen wir auch um weiter zu kommen hier In unserem labilen Spiel Let's find äh The Princess of Zelda In the Schloss of Ganon So Ach du Bastard bist ja wieder da Herzlichen Klöstrumpf Ja jetzt cheat ich mal nicht durch Ja jetzt cheat ich mal nicht durch Der Klopass oder? Uhhh Was ist der ernstige Gegner bei dem Link noch so Meint er müsste Kurzer technischer Schnitt Leute Yo bist du da? Yo bin ich da Yo bin ich da Hallo Leute Hier ist er wieder euer Ne du bist noch nicht auf Aufnahme Ich musste kurz äh Ich muss ja raus klicken aus der Aufnahme Warte 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 ähm Du willst ja erst mal ein Bildschirm oder? Ist doch nicht weg Ich hatte doch Ton aus Ja du bist aber nicht in der Config grad drin gewesen Weil mein Skype abgestürzt ist Siehst du mein Bildschirm? Nö Wie nö Soll ich dich mal allein anrufen Woll ich dich mal allein anrufen Weil ich ruf die grad über die Kopf an Ja mach ma Aber lange kann ich nicht Höchstens nur 5 oder 6 Minuten ne Jaja Ist gleich Yo Jetzt müsste es klappen mit dem Bildschirm wenn du es machst Yo Siehst du? Warte Schwarz Ich stehe schwarz Ich stehe schwarz Yo jetzt sehe ich Ah Da sind wir wieder Leute Diesmal Steigt der Wishes kurz mal ein Zwar nicht lang Aber er ist mal da Wir sind grad direkt im äh äh Klitsch Tempel Schattentempel Bekommen jetzt Meine Güte Kaiser Das Spiel aber durch ne Naja Angefangen vor 2-3 Wochen Vor 2 Wochen habe ich angefangen Wenn man es genauer nimmt Zweieinhalb glaube ich Wobei man dazu sagen muss Ich habe die komplette letzte Woche Keinen einzigen Part aufgenommen 2 Monate glaube ich Auch für mein Let's Play davon Boah Für mich ist das ja ne Sache von ein paar Sekunden bin ich ja da durch So jetzt wissen wir wo wir hinkommen können wenn wir wo lang laufen tun So rum Jetzt kommen wir in den Auf und Abgang mit den Unsichtbaren Sculptulas Oh Gott Abgang Ah du lässt Herzen da Nein du lässt keine Herzen da du Wichser Ey warum denn auf Wieso für dich Ich hoffe Ey ich gebe dir einen kleinen Tipp Bei dem letzten Tempeltiss Also in Ganot Schloss Versorg dir Pfeile Wegen Ich bin da rumgerannt Zwei Paar drüber Und hatte einen Pfeil Ah stimmt ja Aber ich habe 50 Pfeile Also ich gehe davon aus dass das langt So jetzt klitschen wir mal über das Ding drüber Und an deren vorbei Ja Weil ich habe hier keine Zeit für den ganzen Spaß Liffen Achte auf die Schatten in der Decke drinnen Die dann aus dem Nix kommen Und dir die Eier krapschen wollen Ja gerade die Plastiklöffel schon wieder Na wie ist das Plastik da Oh Ah Jetzt achte ich selber nicht mehr auf die Schatten an der Decke Jetzt verrecke Drecksvieh Ich achte da nie So lange du nicht stehen bleibst schnappen Die Viecher sich auf Ja ich bin nur gerade am überlegen wie ich am sinnvollsten lauf Ja geradeaus Weiter geradeaus Da musst du eigentlich nur geradeaus laufen Selbst wenn die Dinger schlissen So Und jetzt links Was passiert? Ja wenn du wischest wieder nicht aufpassen Ne bei mir hackt es irgendwie so ganz langsam Ne bei mir hackt es irgendwie so ganz langsam Ich seh das nur in einzelnen Bildern Hast irgendwas falsch gemacht Oh guck mal an Ehhh Ich bin besonders falsch gemacht, wenn du mir ein Bildschirm drückst. Du musst dann nur auf Vollbild drücken. Ja, das ist ja auch der Fehler. Du darfst ja nicht auf Vollbild machen. Aber das weiß doch jeder. Ich hab immer auf Vollbild bei dir, wenn ich halt bin. Ja, das ist der Fehler. Und du? Keine Ahnung, vielleicht ist dein Rechner grad stark verlastet oder mein Laptop? Mein Rechner ist nämlich unterlastet grad. Denn ich mach grad gar nix. Ich lad nur ein Video hoch, aber das hat mit der Rechnerauslastung genau nix zu tun. Pennerla! Tada! Wichser! Schnetzel ihn! Schnetzel den, Alter! Traum, 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 Traum! Ja, bringt's ja auch. Siehst's ja. Ja. Hä? Warum net? Mach egal. Mach du mal. Der Kaiser weiß schon, was er tut. Der Kaiser weiß schon, was er tut. Mach du mal überlegen? Ne, ist scheißegal, wenn... Ich bin ja hier zu... Ich bin ja nicht... Ich bin ja hier zum mitkommentieren und nicht so wie die anderen immer versuchen, dir irgendwas beizubringen. Hab ich gemerkt. Ähm... Sagt grad der Richtige. Wenn ich mich an Leute... Ja, Abo, Ja, Abo, Ena! Denk dran, hier rechts, die Filmquellen, sie darfst du nicht vergessen! Wichser, ich weiß. Das war ein... Was? Das war ein Tipp. Das war ein Tipp. Und keine... Ey, musst du machen. So Leute, ich rauch jetzt noch eine. Dann muss ich aber auch los. Wenn die Zeit rennt und rennt und rennt und rennt und der Wishes kommt irgendwie nicht hinterher. Deshalb spiele ich Zelda. Ähm... Leute, ihr könnt euch schon mal drauf freuen auf das 400 Abonnenten-Special von mir. Da wird auch, das sag ich aus dem Grunde hier, da wird auch den guten Kaiser Katana zu geben sein. Ja, genau. Was? Echt? Ne, da wird auch der gute Kaiser Katana zu geben sein und unserer Ponji... Oh! Der hat übrigens schon einiges davon... Oh ne, wenn der Ponji dabei ist, dann mag ich da aber nicht mitmachen. So, und, äh... Ne, das sag ich noch nicht an, weil das steht noch in den Sternen. Was steht denn in den Sternen? Äh, das... die Scheiße da mit dem A-Team-Into. Mit dem... Oh, jetzt hast du aber was verraten, jetzt musst du aber auch hier zu Ende sprechen. Ja, also, der gute Wishes kam auf die Idee, als du sich damals mal so ein paar Serienintros angeguckt hat, das A-Team-Into, jeder kennt's. Und warum machen nicht vier Let's Player? Mal eine Intro von uns. Und zwar auf A-Team-Basis. Ponji und ich springen über dem Zaun, Kaiser springt vom Dach und Sluxis findet sein Haus an, damit wir schicken hier. Ich steig das als Intro zusammen. Ne, irgendwie, die Idee finde ich schon, aber wie gesagt, es wird alles schwer zu verwirklichen sein. Da, außer Ponji und ich, kaum einer von uns zusammen wohnt und Sluxis und Kaiser. Und wir über ganz Deutschland alle verteilt sind. Manche kommen ausm Ruhrpott, manche kommen aus Rheinland-Pfalz, manche ausm Knast. Also, die meisten kommen hier ausm Ruhrpott. Ponji, ich und, äh, Table kommen ausm Ruhrpott. Äh, der Kaiser kommt ausm Knast, äh, und der Sluxis fangt, glaub ich, aus Rheinland. Guck mal, wie ich hier wieder übern Tisch gezogen werd, alter. Wie ich wieder beleidisch werd, nur wegen meiner Abstammung. Ey, dass du mu- du, damit hättest du recht nicht müssen. So viel wie du in deinen Spielen glitscht, musstest du im Knast machen. Ja, ich hab keinen, ich komm ausm Knast, Freikarte. Ich musste letztens so lachen, ich hab bei einem, äh, bei einem User von mir, bei einem Abonnenten von mir...